Herzlich Willkommen zum nächsten Spiel der German Legends gegen Valdifut. Wir haben im Sturm Helmut Rahn und Franz Beckenbauer spielen im 4-5-1, haben eine Bilanz von 0-0-3 und ihr werdet es sehen, der Olli Kahn ist zurück im Tor. So wenn ich die Sicht wechsle, oh das ist eine coole Sicht, da schaue ich euch doch direkt mal zu. Es sind nur zwei Leute die da spielen und ich weiß noch nicht ob die alle spielen. Ne, als hätten sie andere Pfeile. Ja die hatten ja noch nicht den Ball. Achso, ah ah ok, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ihr macht das. Ich sag nur soviel nicht unnötig anfordern, ja ja ja, versuch's. Noll, voll. Ich will direkt. Warte mal, leg mal ab hier. Einfach passen. Ja, ich weiß. Ja, ja, ja. Ah, schade. Ja, Spot. Ja, bin ich mal gespannt. Ich stehe auf jeden Fall mal auf Defensiv. Und bei der Besitz, wie immer. Okay, die Sicht ist, finde ich manchmal zu rangesoomt, aber so ist natürlich weit weg. Oh oh, jetzt muss ich die Kamera wieder ändern. Hast du jetzt auch diese Pro-Sicht da, ne? Ja ja, als Torwart schon. So rumtingeln, jawoll. Schön, Hendrik. Schön. Jetzt der Franz. Ah. Hendrik. Das ist ja trotzdem. Oh, der kommt. Er hat wahrscheinlich den siebten Sinn. Er kommt angerannt. Sehr schön. Gut aufgepasst vom Verteidiger, sagt der Wolfi. Oh. Fritz. Passt auf eure Ausdauer auf, Felix. Musst dich somit zurücksprinten jetzt. Oh, ich kann auch so A und Y und sowas drücken, damit die dann laufen können. Mach ein weiter. Ah, schade. Ja, der Ball ging gerade bei mir durch. Haben die überhaupt schon gecheckt, dass ich hier im Tor bin? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Die waren ja noch nicht hier. Oh, ein mitspielender Torwart. Weit. Hendrik aus dem Abseits. Dann spiel ich dich auch ran. Der geht weit. Zu weit. Ah. Ah, schade. Das war ungefähr da, wo ich gerade im Abseits gestanden bin. Du bist hier nach vorne. Du bist stärmer. Du bist stärmer. Oh oh. Oh oh. Oh. Hätte ich meine Reaktionszeit beweisen können, wenn der zum Kopfball gekommen wäre. Vor der Gitter. Was war das denn? Ja, ich hatte einen gefordert. Dann ist aber einer von den anderen dagegen gelaufen. Hey. Yo. Boi. Was? Alter, das ist doch lächerlich. Der hat mich ja zu Boden gedrängt. Mit Messer sogar. Ach so. Jetzt. Los pacen, ihr beiden Kleinen. Ob Red hat ein neues Video? Ne. Sehen Jungs. Sehen Jungs. Nein, mach der nicht. Guck dir das Video ein. Ja, ich hab's doch gesehen. Die dieses. So. Jetzt. Schön. Schön. Doch mal. Versuch's. Ja. Knapp. Knapp. Freistoß. Felix, willst du mal direkt probieren? Kannst du das? Nee, aber hat Bammel hart. Kurz deck dich. Nee. Kurz deck. Ach, das ist schon voll alt. Wenn ich spiel's wieder kurz und ich baller drauf. Nee, kurz deck, sag ich gerade. Und wieder bewegt sich die Mauer. Oh, kein Deck. Oh, gelb. Die Mauer hat gelb gekriegt. Und wieder bewegt sich die Mauer. Oder du flankst. Felix, geh mal mit vor das Tor. Und mit X Flanken. Nee, nee. Die stehen da alle. Alle von uns. Wenn die Flanke kommt, könnt ihr den reinmachen. Ja, ja, ja. Wow. Aber schönes Ding. Jetzt, jetzt, jetzt. Ah, schade. Oh, noch eine. Hendrik versucht auf kurzem Fünfer zu laufen. Würde ich vorschlagen. Die Ansicht ist manchmal ein bisschen... Ja, oh. Ja, schön abgefangen. Ich bin nur beim Wechsel in der Ansicht. Ja, ja. Oh, schade. Wichtig. Den Ball hat er sicher. Ist ja nicht schlecht. Solange er in die Null steht, bin ich zufrieden. Langsam Punkte sammeln, wenn wir in der Liga 7 bleiben wollen. Eigentlich wollen wir ja sogar aufsteigen. Den nehme ich nicht. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ich brauche erstmal noch Erfahrungen hier im Torwartspiel. Ja, da geht er. Schön. Hm. Ey, der setzt sich doch nicht durch. Oh, da stand einer hier gerade bei mir vorne. Beziehungsweise hinten. Oh nein. Scheudel. Jaja. Junge, Junge. Nicht so vertändeln. Und nun ein Schuss. Ein Schuss. Ein Tor. Legenden. Wuh. Eieieiei. Oh, Außenrisspass. Schöne Bewegung. Komm. Komm, komm, komm. Ah. Schade. Schön gedacht. Ihr macht das. Oh. Haben sie. Wuh. Läuft. Hörst du mir den Spielertunnel? Ich habe gerade nach vorne gedrückt. Hundertprozentig. Aber der Olli musste kurz nach vorne gedrückt. seine Wut loslassen. Hahaha. Ne, ich fordere nicht mehr an. Leute, die Kamerad gerade ganz dreisterweise nicht gewechselt. Jetzt schon. Ja, das mit dem Tempo. Irgendwann kommt er vielleicht durch. Keine schlechte Bewegung. Hahaha. Kein Zweifel. Das ist Freistoß. Hat er gelegt. Oh, das wird jetzt natürlich... Nicht, Felix. Geh weg. Geh weg. Block mich doch nicht. Leg das Abseitsaufbau. Block mich nicht. Da kommen alle. Raus. Ich kann nicht. Der hätte nicht gespürst. Der schießt direkt. Jo. Komm. Ah, oh, 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 oh. Ich habe nichts gedrückt. Nicht sprinten, Felix. Warum denn nicht? Du legst einen Sprint hin. Zum Schluss hast du keine Ausdauer mehr. Ich habe... Der Franz, der haus sich gleich ein Paola nach rein. Da hat er wieder Isotome. Oh, oh. Abseits. Der ist frei durch. Aber so ist es Abseits. Ja. Am Anfang der Einfolge habe ich mal gesagt... Franz! Mann! Hedrick, habe ich mal gesagt Franz Beckenburger. Ach, da steht er schon wieder im Abseits, Hendrick, Alter. Du weißt, wie du auf die Pro-Ansicht wechseln kannst? Ja. Okay, gut. Aber ich mag die an sich nicht. Ne, nur ob die alle... Nein. Mit diesem linken Startknopf, Reset oder sowas. Keine Ahnung, was das ist. Damit kannst du ja entweder auf deinen Spieler die Kamera fixieren. Oder aufs Spielgeschehen. Und wenn du den auf deinen fixierst, siehst du ja auch, wo du hinläufst. Torwart steht. Torwart steht. Er schießt! Oh! Oh, den muss ich nochmal! Huh! Tapf! Schmeißt er sich nochmal. Oh, nu! Jetzt ist der Angriff doch gestorbt. Der Gegner hat den Ball. Zu Null bisher. Oh! Oh, der hat... Wenn er anfordert, vielleicht auch ein Stück entgegen gehen. So, wie man das eigentlich macht. Schön. Dann können wir auch auf Ballbesitz spielen. Ja, ja, Felix! Ja! Oh, die Annahme! Freistoß! Jawohl. Versuch's auf Flanken zu spielen, würde ich vorschlagen. Elfmeterpunkt, Elfmeterpunkt. Ja. Oh, warum seh ich denn das gelbe Kreuz nicht? Ja, ihr könnt einfach hin. Weiter vor noch. Ja! Ah! Zun auf dem Torwart. Schade. Naja. Immerhin kein Gegentor. 57 Prozent. Ballbesitz, das ist okay. Wenn wir den noch ausnutzen. Der Olli mit einer weißen Weste. Wenigstens mal mit dem Punkt hier den Einstand holen. Können wir dann weitermachen. Ja, aber so mit drei, vier Leuten... Also wenn wir einen vierten haben, ist glaube ich doch noch besser. Weil man einfach noch viel mehr kombinieren kann. Sollen wir jetzt zwei vorne? Wenn ich da wäre gut drei, aber dann hätten wir hinten halt null. Hat lange Zeit geklappt, aber ab Liga 7 jetzt hier, beziehungsweise Ende Liga 8. Wie gesagt, seitdem wir den Aufstieg sicherten, habe ich da nicht mehr allzu großes Vertrauen. Nicht flanken, dann muss ich sowas von reagieren. Ne, 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 ne. Sehr schön. Der kommt nochmal. Olli! Den hat er! Der Kopfball! Den hat er! Olli! 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 Ne, ich versuch den nicht abzufangen. Olli! Hier! Aber ganz! Gansch! Felix! Felix, ich kriege ein Assist. Jaja, ah, da lag er. Man kann gar nicht hier einschätzen, ob ich den dann halte oder nicht. Ich lenke da immer nur hin. Das sah jetzt so aus, als wenn er durchkommt. Jawohl, Felix. Kann man nicht auch irgendwie Hohenpass anfordern? Nee. Das wäre mal ganz schön. Vielleicht länger gedrückt halten, weiß ich nicht. Da kommt er durch, den hat er. Ich müsste schon eine Flanke anfordern. Ich habe übrigens immer noch die Lodder-Matthäus-10. Oh, oh. Oh. Geht. Rennt durch. Oh, ich bin aus dem Strafraum rausgerannt. Wir müssen das so versuchen, dass ihr losrennt, auf Abseitslinie. Und dann kommt der Ball von mir über die Abwehr. Vielleicht klappt das ja, dass man so richtig weit drüber kann. Rechts kommt er. Mitte. Nicht so. Sehr schön. Da stand ich gerade ein bisschen unsicher. Oh, der kriegt den wieder. Ich drücke nicht A. Ich mache das alles manuell. Oh, rot. Vorne, Hendrik. Na, lass ihn gehen. Schön. Starte. Kahn. Schade. Kahn. Hier hinten ist wer verletzt. Das bist du, ne? Oh, dadurch hebst du leider das Abseits auf. Aber das ist gut. Oh man, verletzt es doch doof. Ist man dann irgendwie ein bisschen schwächer von den Stärken her? Weiß ich nicht. Ja, man kackt manchmal ab. Ja, aber im nächsten Vorgang sind sie wieder. Franz, der kennt das nicht. Man kackt manchmal ab, ne? Zitat. Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri beläst es. Oh, noch. Oh. Hab da. De Franz. Oh. Rahn. Aus dem Endegrund. Rahn müsste schießen. Vorhine startet. Schön. Vorhine startet nochmal. Beide. Spielt ihn durch. Abseits. Alles gut. Wäre cool, wenn ich mit dem Torwart auch noch einen Verteidiger hätte. Dann kann man richtig viel ansagen. Ja, ja. Steck ihn. Ne, abseits. Hendrik. Ja. Du kennst doch die Regelung. Ich habe aber dem anderen Spieler schon vorher angezeigt, dass er durchstecken soll. Deswegen war ich schon unterwegs. Und da stand ich ja nicht im Absatz. Vorteil, aber der nächste Spieler von uns verletzt. Haben wir. Oh, der liegt da immer noch. Ich dachte gerade, der spielt den an. Ja, Felix. Tempo. Oh. Er dreht sich wieder rein. Zu angeschnüppelter Pass. Oh. Schön. Oh, das kann. Da geht er. Bitte. Ah. Ja, ja. Ah. Oh, der kommt. Hast du Verteidiger. Der Haken. Jawohl. Nein, ich habe angefordert. Das wollte ich nicht. Ich wollte gerade mich irgendwie schmeißen und üben. Da habe ich X gedrückt und dann kam er angeflankt. Hendrik. Wieder mal. Ecke. Gut reingelaufen. Diesmal kein Abseits. Jetzt wird gleich die Ecke reinkommen. Ah, jetzt sehe ich das Steuerkotz auch. Ja. Nein. Ah, noch mal Ecke, oder? Habe ich dich genau gesehen? Weike. Oh, Abschluss. Okay. 80. Minute. Jawohl. Mhm. Jawohl. 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 Schieß. Blocken die das wieder. Schöner Versuch. Der läuft. Der geht gerade in der Aufnahme bestimmt, ne? Ja. Mhm. Aber 84. Minute. Gleich kannst du. Nur noch 5 Minuten zu gehen, sagt Wolfi. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Schön. Hey, Buddy, die haben übrigens den M4 und den Arca-Sound gepatcht, ne? Das klingt richtig eklig. Ach, nee. Das ist echt so, die hören sich alle jetzt, finde ich, viel zu gleich an, die Waffen. Muss ich mir nicht angucken. Komm, komm, komm. Was macht ihr? Ran war am Starten. Weiter, ja. Nein. Das war von hinten aus, als wenn er durchstarten kann. 88. Jetzt ein Gegentor wäre natürlich wieder bitter. Aber bisher gefällt mir das System. Oh, oh. Drängen ihn ab, Verteidiger. Oh, gut. Oh, oh. Nicht rausdrehen lassen. Sehr schön. Spielt er. Da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Schön gehalten. Oh. Verteidigung. Ah. Da holt er den Ball zurück. Ja, Punkt. Ja, Punkt. Ein Punkt. Und zu null. Da bin ich als Torwart zufrieden. Ja. Aber wir brauchen ja wieder nur ein Punkt. Ich bin schon eine 81 jetzt als Torwart. Wollen wir direkt so mit der Aufstellung nochmal machen? Ja. Dann bedankt mich für's Zuschauen. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschululü. Tschau. Tschau.